Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ein Lehrvideo mit Powerpoint aufnehmen. Mein Name ist Michael Höhne, ich arbeite für ProLehre und jetzt legen wir los. Zunächst einmal ist es egal, ob Sie das mit Windows oder mit OSX machen wollen. Sie benutzen Powerpoint, wählen dann Bildschirmpräsentation und sagen Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Sie zeichnen dann Ihren Vortrag auf. Achten Sie darauf, dass der Vortrag gekürzt ist. Nuggets produzieren besser als lange Vorträge, wo die Zuschauer dann anfangen, in doppelter Geschwindigkeit zu hören oder hin und her zu skippen, weil der Vortrag einfach zu lange ist. Wenn in Ihrem Vortrag Animationen laufen, Übergänge zwischen den Slides oder innerhalb der Slide, wird das Audio nicht aufgezeichnet. Sprechen Sie dann also nicht. Sie können Ihre Präsentation jederzeit anhalten. Drücken Sie dazu auf Pause. Wenn Sie fertig sind mit dem Besprechen Ihrer Folien, gehen Sie auf Präsentation beenden. Unterhalb der Folie finden Sie dann einen Vermerk, wie lang Audio aufgenommen worden ist. Sollten Sie eine einzelne Folie löschen wollen, markieren Sie diese, klicken rechts neben das Aufnahmesymbol, gehen auf Löschen und sagen für aktuelle Folie löschen. Klicken Präsentation aufzeichnen und besprechen diese Folie erneut. Wenn Sie Ihre Präsentation fertig aufgenommen haben, gehen Sie unter Datei, Exportieren, das entsprechende Videoformat aus, MP4. Auf Windows ist das etwas anders. Da gehen Sie auf Datei, Exportieren und wählen Video erstellen aus. Jetzt haben Sie das File exportiert und auf Ihrer Festplatte gespeichert. Was nun? Irgendwie müssen Sie das File ja an Ihre Studierenden bringen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir werden das in einem weiteren Video nochmal erläutern. Genau vorab, denn Videoserver vom LRZ und Moodle eignen sich am besten dafür. Auch wenn momentan unter videoupload.lrz.de ein Hinweis erscheint, dass der Streaming bzw. Videoserver jederzeit abgeschaltet werden kann. Die TU München arbeitet mit Hochdruck daran, dass für Sie der Videoab- und Download im kommenden Semester funktioniert. Derweil viel Spaß beim Videoproduzieren, Ihr Michael Böhne und verlinkt. Derweil viel Spaß beim Videoproduzieren, Ihr Michael Böhne und